So, dieses Video soll eine Einführung in das Thema Vektoren sein. Wir werden lernen, wie man Vektoren addiert, subtrahiert und was die Spitze-Schafft-Regel ist. Ich habe hier bereits ein Koordinatensystem gezeichnet. Ein Koordinatensystem ist gegeben durch zwei Achsen oder auch zwei Zahlenstrahlen. Wir nennen sie die x-Achse und die y-Achse, die normalerweise einen rechten Winkel miteinander einschließen. Die zwei Koordinatenachsen schneiden im Nullpunkt. Links vom Nullpunkt befindet sich die negative x-Achse und unterhalb des Nullpunktes befindet sich normalerweise die negative y-Achse. Um einen Punkt im Koordinatensystem zu beschreiben, benötigen wir mindestens zwei Parameter. Wollen wir beispielsweise den Punkt B beschreiben, so ist es üblich zuerst anzugeben, um wie viele Einheiten wir nach rechts oder links gehen und um wie viele Einheiten wir anschließend nach oben oder unten gehen. Um nun zu diesem Punkt B zu gelangen, gehen wir drei Einheiten nach rechts und anschließend zwei Einheiten nach oben. Ein anderes Beispiel, um zum Punkt Q zu gelangen, gehen wir eine Einheit nach links und anschließend drei Einheiten nach oben. Wir können also jeden Punkt eindeutig durch seine Koordinaten beschreiben. Der Punkt B hat die Koordinaten 3, 2 und der Punkt Q hat die Koordinaten minus 1, denn wir gehen zuerst nach links und 3. Wir können nun jeden Punkt auch als Vektor interpretieren. Wenn wir einen Punkt als Pfeil interpretieren, so wird er in Spaltenform angeschrieben. Also wir interpretieren jetzt den Punkt P als Pfeil und schreiben dann als Spaltenform auf. Also diese Schreibweise ist für Punkt. In dieser Schreibweise interpretieren wir den Punkt als Vektor. Der Vektor steht für unendlich viele gleich lange parallele Pfeile mit gleicher Orientierung. Wir könnten den Vektor B auch irgendwo anders im Koordinatensystem einzeichnen. Zum Beispiel hier. Wir gehen von diesem Punkt 1, 2, 3 und 2 nach oben. Auch das wäre der Vektor B. Wir können überall im Koordinatensystem einzeichnen. Ebenso können wir den Punkt Q als Vektor interpretieren. Der Vektor Q hat dann die Koordinaten minus 1, 3 und zeigt dann vom Nullpunkt Richtung Q. Natürlich kann ich ihn auch beliebig irgendwo anders einzeichnen. Zum Beispiel hier. Dann zeigt der Vektor Q hier nach oben. Auch das ist der Vektor Q. Ich kann ihn beliebig in mein Koordinatensystem einzeichnen. Dann ist es das, was man geht darin. Ich fühle michunion. – Irgendwer –